Musik An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Mit diesen Worten beginnt ein Klagelied der Israeliten, die nach der Zerstörung Jerusalems nach Babylon ins Exil geführt wurden. Israel in der Krise, die Menschen fern der Heimat, Frust, Niedergeschlagenheit, manchmal Zorn und Zweifel an Gott machen sich breit. An seiner Macht, an seinem Beistand, an seinem Dasein. Mitten in diese Stimmung hinein spricht Jesaja. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die Notlagen miteinander zu vergleichen, das verbietet sich, weil es denen nicht gerecht wird, die unter der Not leiden. Dennoch, auch wir stecken in einer Krise. Und durch die Jahrhunderte ruft Jesaja auch uns zu. Hebt den Blick. Schaut auf die Schöpfung Gottes. Haltet Ausschau nach ihm und nach den positiven Zeichen seiner Gegenwart. Den Moment der Ewigkeit. Das Stück Himmel. Den Vorgeschmack auf eine bessere Zukunft. Die Aussicht auf ein besseres Leben. Hebt den Blick. Schaut auf die Schöpfungskraft Gottes. Das heißt auch, uns noch einmal Ostern ins Bewusstsein zu rufen. Gott schenkt Leben, wo unsere Möglichkeiten zu Ende sind. Für mich ist es eine Quelle des Trostes und der Kraft. Mitten in der Krise. Für den Weg durch diese Zeit und bei der Gestaltung unseres weltweiten Miteinanders. Jetzt und darüber hinaus. Das ist das Sitzung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schnox- Vielen Dank.